In der Baupraxis ist ein architektonischer Raum durch vertikale oder horizontale Elemente definiert. Das können Bauteile wie Mauern, Stützen, Scheiben, Decken oder Fassaden sein. Im Außenraum werden städtebauliche Räume durch Häuser und Gebäudegruppen, aber auch Zäune, Hecken, Bäume, Brücken und Straßen gebildet. Die Räume lassen sich zur weiteren Differenzierung in Zonengliedern. Eine Raumzonierung bzw. Raumteilung soll dabei unterschiedliche Merkmale und Anforderungen der Raumnutzung ermöglichen. Öffentlich-Privat, Hell-Dunkel, Laut-Leise, Dienend, Bedient, Repräsentativ, Profan usw. August Schmarsow betonte als Kunsthistoriker erstmals das Räumliche in der Architektur im Sinn heutigen Raumverständnisses. Die Räumliche Bewegung des Betrachters wird in den Architekturbegriff einbezogen. Raumwahrnehmung ist abhängig vom menschlichen Körper, ist seine Funktion, z.B. wenn man steht, wenn man sich fortbewegt. Auch wenn das zunächst nur eine physiologische Bestimmung ist, so wird sie zugleich für die Dynamik des Wahrnehmungsverhaltens zu einer Resolution gegenüber der statisch auf einem Hauptpunkt konstruierten Raumstellung. Die ersten Entwurfsvorstellungen zu einem Gebäude sind in der Regel im Materiellen. Grundriss, Projektionen von Fassaden oder perspektivische Skizzen sind meist linear dargestellt. Konstruktive Schnitte repräsentieren die verwendeten Materiereien mittels grafischer Symbole. Modelle sind durch eine Homogenität des verwendeten Materials, wie z.B. Pappe oder Holz, gekennzeichnet. Selten sind die wirklichen Anmutungen des Materials und der Farben der verwendeten Repräsentationen in Darstellung und Modellen auch nur annähernd ähnlich. Die Distanz zum Material wird dadurch verstärkt, dass in den ersten Phasen des Entwurfsprozesses meist mit zweidimensionalen Repräsentationen von Objekten, welche letztendlich in ihrer finalen Realität dreidimensional sein sollen, gearbeitet wird. Im Laufe des Entwurfsprozesses wechselt man mehrmals zwischen zweidimensionalen und dreidimensionalen Repräsentationen. Der endgültige Plansatz ist wiederum in der Regel zweidimensional. Diese Art von Entwurfsprozess mit ständigem Wechsel macht das Denken inhärent schwierig. Jeder von uns hat auf diese Weise schon vor der Zeit des Architekturstudiums, ohne sich gezielt damit zu befassen, unreflektiert vielfältige Materialerfahrung gewonnen. Im Studium könnte man darauf aufbauen. Zuerst geschieht meistens jedoch genau das Gegenteil. In einer Art Laborsituation wird in den ersten Entwurfsübungen das Material von der Form getrennt. So entstehen abstrakte Modelle, bei denen sich bewusst nur auf die Form konzentriert wird. Die Architektin Caroline Boos beschreibt, dass die Entscheidung für ein konkretes Material gerne lange aufgeschoben wird. Nach allen hochfliegenden theoretischen Argumenten ist man bei der Materialwahl mit der banalsten Seite der Architektur konfrontiert. Plötzlich muss man sich der Regel auf einen meist noch altbekannten Stoff für die neue Idee festlegen. Sprach der Architekt Louis Kahn noch davon, dass der Ziegel Form, nämlich Bogen werden will, so gibt es in der neueren Architektur einige Beispiele, die eine ähnliche Tendenz zeigen, in denen das Material zum Hauptdarsteller wird, der innovative Baustoff zur Inspirationsquelle des Architekten. Vorboten dieses Materialkults sind Bauten wie das Stellwerk von Herzog Dümmerung in Basel oder das Kunsthaus von Peter Zumthor in Bregenz, bei denen es, nicht zuletzt aufgrund der reduzierten Form, vorrangig das Material ist, das die ästhetische Wirkung des Gebäudes und dessen Erlebnungsqualität bestimmt. So zum Beispiel schrieb William Morris in seinem Buch Der Einfluss der Baumaterialien auf die Architektur Die Frage des Materials ist also offensichtlich die Grundlage der Architektur und vielleicht ginge man nicht sehr viel, wenn man die Architektur betrachtete, als die Kunst mit angemessenem Material angemessen zu bauen. Aber es ist nicht die Materialität, die durch die pure Anwesenheit des Materials der Atmosphäre bestimmt, sondern es ist die Art und Weise, wie das Material in Form gebracht wurde und dadurch wirkt. So wird beispielsweise das, was die Atmosphäre ausmacht, nicht einfach durch die Materialität Holz bestimmt, es sind vielmehr die konkreten Erfahrbarkeiten von rauen oder glatten Oberflächen, von Kantigkeit, von Gerüchen eines bestimmten Holzes, die das Atmosphärische ausmachen. Ob man einen Raum mit sicheren oder eher vorsichtigem Schritt queren wird, weil der Boden rau oder glatt bzw. weich oder hart ist und wie wir uns überhaupt körperlich dem Raum anvertrauen, wird weniger von der Form, sondern in erster Linie durch die Materialität bestimmt. Die unterschiedlichen Qualitäten der jeweiligen natürlichen Lichtsituation sind wesentliche Elemente des architektonischen Entwurfs und beeinflussen Raumorientierung und Raumstimmung. Die Architektur ist das kunstvolle, korrekte und großartige Zusammenspiel der Formen im Licht, schrieb Le Corbusier nach seiner Reise nach Griechenland, wo er das Licht und die Eigen- und Schlagschatten an deren Beachtung und Wirkung in der Architektur bewundert hatte. Licht spielt also neben seiner faktischen Bedeutung auch eine wichtige psychologische Rolle. Natürliches Licht bedeutet für die Menschen eine überschaubare und kontrollierte Umwelt. Für die Dynamik eines Raumes ist die Orientierung zum Licht von entscheidender Bedeutung. Wie bereits in vielen Beispielen gezeigt, legen zwar die geometrische Grundfigur und die Form der Decke die Dynamik eines Raumes fest. Die Positionierung der Öffnungen, das Erkennen des Tageslichts und die Verbindung nach außen setzen aber wichtige Bezugspunkte für Orientierung und Raumwahrnehmung. Direktes Licht und seitliche Öffnungen in den Räumen ermöglichen den unmittelbaren Kontakt zur belebten Außenwelt und werden für das alltägliche Leben bevorzugt. Zugleich wird Schutz vor möglichen Einblicken gesucht. Von innen betrachtet bietet durchbrochenes Material in Form eines wirksamen Sichtschutzes ein Gefühl von Geborgenheit. Zenitales Licht ist in seiner Wirkung zwar dreimal so stark wie seitliches Licht, wird aber als Sonderform empfunden. Räume können durch indirektes Licht erhellt werden, das heißt die Lichtquelle selbst ist nicht sichtbar. Durch die Qualität von Raum und Licht entsteht Atmosphäre, die eine spezifische Stimmung im Menschen hervorruft. Verlaufende Helligkeit erzeugt eine gedämpfte Atmosphäre. Die Inszenierung des indirekten Lichts kann Raumgrenzen auflösen und sakrale Stimmung entstehen lassen.